Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Thomas Loch, das ist der Lukas Müller, mein Bachelor hier, mein Dualstudent, genannt auch der Hobbit. Okay, du hast Nacken-Schulterschmerzen, dir zieht es hier so ein bisschen runter in dem Bereich und dagegen kannst du und musst du auch was tun. Okay, das Erste ist, dieser ganze Bereich hier oben, der wird nicht mehr richtig aktiviert, sondern eigentlich fast schon misshandelt an der Tastatur, am Smartphone, am iPad. Wir sind gestresst, wir ziehen den Nacken hoch und hier passiert einfach gar nichts mehr. Der Körper erfährt zu wenig Reize, die er aber braucht, um fit, gesund und leistungsfähig und schmerzfrei zu werden bleiben. Genau, okay. Deine Aufgabe ist folgendes, den Bereich erstmal ein bisschen zu aktivieren, auch zu trainieren, weil wenn du so nach vorne sitzt, verkürzt er auf der einen Seite, also ja, dehnen kann helfen, aber wenn er verkürzt, verkümmert er auch, der Muskel, der degeneriert, er geht zurück, er wird schwächer. Und das Ziel ist es, die Muskulatur im Alter auch noch zu haben, zu erhalten. Also wir arbeiten immer gegen einen Muskelabbau, also der Abbau erfolgt automatisch, aber du kannst dagegen was tun, indem du ihn aufbaust. Okay, gut, das Erste ist Brusttraining. Du hast zwei Möglichkeiten, du hast mehrere Möglichkeiten, ich nenne dir aber zwei. Ich würde dir am Anfang Kurzhanteldrücken empfehlen. Angenommen, du bist in einem Fitnessstudio, sitzt nur an Maschinen, das ist zwar ganz nett, aber wir brauchen hier ein bisschen diese Vordehnung und die erfährst du sehr, sehr schön, wenn du mit Kurzhanteln arbeitest. Dazu brauchen wir eine Flachbank, also du brauchst daheim eine Bank, wo du dich hinlegst. Ich habe sogar eine hier. Lukas, kannst du uns bitte die Flachbank holen? Sorry, okay. So laufen YouTube-Videos halt, ich bin kein YouTuber, ich möchte nur ein bisschen Wissen vermitteln und deswegen kann es sein, dass das ein bisschen chaotischer zugeht. Genau, Lukas holt die Bank, haut die Kamera nicht um, danke. Kannst du sie tragen, ja? Ja. Hast du Hilfe? Nee. Okay, also. So ein Ding ist sehr wertvoll für daheim. Wenn ihr daheim eine Flachbank habt, dann könnt ihr wirklich alles trainieren, was ihr braucht. Ihr braucht einen Satz Kurzhanteln und eine Flachbank und eine Mathe und das ersetzt das ganze Fitnessstudio, Punkt. Und manchmal ist die Betreuung daheim oder mit einer Flachbank hast du mehr Effekt, wie mit jedem Trainer im Studio, muss man auch dazu sagen. Okay, das Wichtige ist, der Lukas legt sich jetzt mal, hol mal zwei Kilo. Natürlich trainiert er mit Mehrgewicht, aber ich habe auch gleich eine Alternative zum Kurzhanteldrücken. Ihr könnt natürlich auch Liegestützen machen, aber es ist halt, für den Anfänger ist Kurzhanteldrücken mit leichterem Gewicht oft gesünder wie eine Liegestütze, denn ich weiß nicht, wie fit euer Bereich hier ist und eine Liegestütze ist doch schon sehr, ja, lastenintensiv. Okay, leg dich mal hin. Genau, so. Die Beine könnt ihr unten lassen, ihr könnt sie mit hochnehmen, ihr könnt hier unten theoretisch Lambada tanzen, das ist egal, weil der Kraftfluss von der Handel, die Energie wird hier in das Polster abgeleitet, also die Energie geht rauf und runter, was ihr da unten macht mit den Füßen, ist eigentlich wurscht. So, okay. Führe mal die Übung aus, Lukas kann sich schon, ich muss nicht viel eingreifen. Ihr geht langsam runter, geht in die maximale Dehnung nach unten, öffnet den Brustkorb. Hier habt ihr eine Dehnung, ja, auch im Krafttraining, wenn man vollamplitudig trainiert, dehnt man schon mit. Also es verkürzt euch nicht, wenn ihr es richtig macht. Genau, er geht hier weit auf, Brustkorb öffnen. Also wir sind bei Nackenschulterschmerzen, ja, und das ist eine Übung, die würde ich euch wärmstens empfehlen. Lukas würde das Ganze jetzt dreimal 20 ausführen. Ja, er macht das schön sauber. Ja. In der Belastungsphase sagt man ausatmen, also nach oben, wobei hier können wir von Belastung nicht sprechen, denn zwei Kilo sind keine Belastung. Da werden wir keine Blutdruckspitzen hinkriegen. Ja, perfekt. Aber die Übung, Freunde, Pflicht, Nackenschulterschmerzen, regelmäßig. Ihr geht zur Physio, zum Osteopathen, Heilpraktiker. Es ist ganz nett, wenn ein anderer mal macht. Ihr müsst ins Tun kommen, ins Handeln kommen, es ist Pflicht. Deswegen eine Flachbank, einen Satz kurz handeln und ihr braucht kein Fitnessstudio und meistens auch keine Therapie mehr. Ja, so einfach ist das. Hab ich das jetzt gesagt, gell? Okay, gut. Ich darf das sagen, in meiner Familie gibt es viele Therapeuten. Grüße. Okay. So, das ist die erste Übung, Kurzhandel drücken. Natürlich könntet ihr Liegestützen machen, aber wie gesagt, die Belastung bei der Liegestütze ist, glaube ich, deutlich höher wie zwei Kilo. So, deswegen Flachbank kaufen, Kurzhandeln kaufen. Sucht euch jemanden, der euch dazu berät. Empfehlungen. Ihr könnt auch uns anrufen, wir sagen euch, wo ihr was super bestellen könnt, dass ihr auch damit Spaß habt, denn auch gutes Equipment für daheim ist wichtig. So, die zweite Übung ist Seitheben. Sorry, das Kabel. Dass wir den Bereich ein bisschen kräftigen aktivieren. Lukas nimmt gleich die zwei Kilo Handeln, genau. Ich gehe mal weg, sonst kriege ich die Handeln ins Gesicht. Genau, wir machen Seitheben. Gleich vorab, wenn ihr ein bisschen Schulterschmerzen habt, Schulternackenschmerzen, er hat jetzt intuitiv den Hebel verlängert, den Arm mehr gestreckt. Ich würde euch am Anfang empfehlen, es ein bisschen angewinkelter zu machen, ja, dass der Hebel fürs Gelenk nicht so lang ist, genau. Und nimm ruhig alles mit. Ja, genau. Und den ganzen Trapezen, Kapuzenmuskeln so ein bisschen mit. Man darf alles hier aktivieren. Nur nicht wippen. Im Training nicht päpstlicher als der Papst sein, das ist klar. Ich meine, entscheidend ist, dass er sich jetzt hier nicht verletzt und ob er jetzt die Schulter ein bisschen höher oder nicht höher zieht, da wird nichts kaputt gehen. Das Wichtigste ist, überhaupt was zu tun. Also es ist gefährlicher, nichts zu tun, als ein bisschen falsch zu trainieren. Das muss man auch mal klarstellen. Ja, ist so. Okay, Gott. Also wir haben die Kurzhantel gedrückt, voll amplit und nicht gedehnt. Wir haben den Bereich aktiviert. Das wird deinem Nacken-Schultergürtel sehr, sehr gut tun. Also man darf sowas schon ein paar Mal die Woche in sein Programm integrieren. Okay. Dann ist es noch so, dass oft durch das ganze Sitzen der Vorderbereich ja verkürzt. Der Bauch verkürzt, die ganze Faszienkette verkürzt. Deswegen ist es wichtig, den Bauch auch zu dehnen. Da gibt es eine hervorragende Übung. Da bitte ich dich, die Bank mal zur Seite zu schieben. Wunderbar. Er kann auch sprechen, gell? Ich kann auch reden. Okay. Lukas, mach mal die Bauchdehnung vor. Also als Trainer mache ich nochmal die Übung vor, aber der Lukas weiß, wie sie geht. Deswegen sparen wir uns hier die wertvolle Zeit. Okay. Seht man ihn? Ja, gut. Dann drück dich mal hoch. Gleich vorab, er hat ein massives Hohlkreuz. Ja. Lasst mal ein Po locker. Genau. So. Drück mal dich richtig raus in den Bereich. Mach dich ein bisschen lang. Genau. So. Und jetzt wird die ganze Kette hier gedehnt, der Bereich. Die vordere Seite wird maximal gedehnt, weil der Alltag ist ja hier total verkürzt. Und er öffnet den Bereich jetzt. Also er macht jetzt eine schöne Bauchdehnung. Er muss den Kopf nicht überstrecken. Er kann ihn ein bisschen überstrecken. Da wird nichts passieren. Wichtig ist, dass er sich wohlfühlt in der Position, es nicht wehtut. Es gibt auch eine kleine, mildere, abgeschwächtere Dehnung. Kannst du die? Ja, genau, wo du nicht ganz so weit hoch gehst. Genau. Man könnte auch ein bisschen kleiner starten. Also es ist natürlich ein individuelles Programm. Es ist ja das Problem auch an standardisierten Online-Fitnessplänen. Man muss den Menschen haben, spüren, mit ihm kommunizieren. Jeder Körper hat eine Geschichte. Natürlich muss man die vorher kennen. Dann kann man viel effektiver trainieren. Okay. Langsam rauskommen. Hast du vorne was gespürt? Ja. Gott, okay. So, das ist die eine Dehnung. Die andere Dehnung ist die Brust isoliert. Also gekettet hier dehnen. Es gibt mehrere Dehnformen in dem Bereich. Lukas macht die an der Wand. So, genau. Er hebt den Arm schon ein bisschen hoch. Jetzt fixiert er die Schulter. Er fixiert die Schulter an der Wand. Und dann dreht er sich hier langsam raus. Genau. Genau. Und die Schulter bleibt an der Wand. Oft dehnen sich Leute irgendwie, halten sich irgendwo fest. Und dann kugeln die halber die Schultergelenke aus. Das ist Quatsch. Mach das an der Wand. Fixier das Gelenk. Es soll anliegen. Und dann drehst du dich so weit raus, wie es dir gut tut, wie du kannst. Die Höhe bei ihm ist jetzt perfekt. Ist perfekt. Mach das nach. Die Dehnung haltet ihr so ein bis zwei Minuten. Unter einer Minute dehnen wird nicht viel bringen für die Schmerzfreiheit. Wir reden jetzt hier von Schmerzfreiheit. Okay, natürlich dehnt er auch die andere Seite. Dehnt nochmal die andere Seite. Genau. Also aus Dehnungen geht ihr langsam raus. Viel langsamer, wie er das jetzt gemacht hat. Genau. Ja, hier ein bisschen strecken. Genau. Schulterrandrücken. Da darf keine Maus mehr durch die Achsel passen. Und dann drehst du dich vorsichtig. Ja, genau. So, merkst du das? Mhm. Wunderbar. Er ist total verkürzt. Oder verspannt. Wobei, Lukas muss auf Spannung sein. Er ist Gewichtheber im professionellen Bereich. Er braucht einen gewissen Grundtonus. Er ist auf Spannung, aber er ist nicht verspannt. Verspannt wäre das falsche Wort. Also ihm geht es gut. Sein Körper bewegt sich voll amplitudig und gut. Er kann alles im Alltag perfekt bewältigen. Ich drücke ihn nur noch ein bisschen hierher. Verzieht das Gesicht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hands-on ist immer wichtig im Training. Genau. Also wenn du im Studio sowieso deine Übungen machst, Kurzhanteldrücken machst, dein Seitheben absolvierst und du wirst nicht korrigiert, dann bitte den Trainer, dass er dich mal korrigieren sollte. Denn niemand trainiert perfekt, sauber und richtig. Auch ich nicht. Genau. Niemand. Okay. Einmal langsam rausdrehen. Perfekt. Also, du hast Nacken-Schulterschmerzen, kauf dir Kurzhanteln, am besten von 1 bis 10 Kilo. Da gibt es so Klicksysteme, da kannst du nur ein paar kaufen, dann sparst du dir Platz. Kauf dir eine Flachbank und dann mach diese Übung. Es gibt noch viel, viel mehr Übungen auf der Flachbank, die kannst du bei uns im YouTube-Video natürlich sehen. Oder jetzt kommt es, wenn du einen Trainingsplan benötigst für daheim. Weltklasse Übungen, die nur auf dich zugeschnitten sind, dann vereinbar einen Beratungstermin. Lass uns über deine Probleme sprechen. Du hast Nacken-Schulterschmerzen, du kommst nicht weiter, nicht im Fitnessstudio, nicht beim Physio, nicht beim Osteopathen, nicht beim Halbpartiker. Die ganzen Spritzen bringen nichts. Du wärst nicht der Einzigste. Ich kenne viele, viele Menschen, die das gleiche Problem hatten. Also, wenn du es lösen möchtest, schreib uns eine E-Mail, vereinbar in Strategie sprich und lass uns beginnen. Amen. Vielen Dank.